Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. Ja und jetzt ist er bei uns zu Gast, der rasende Reporter könnte man sagen. Andreas Mölzer, wir kennen Sie eigentlich als politischen Analysten, aber mittlerweile haben Sie offenbar das Berufsfeld gewechselt und sind jetzt zum Weltreporter geworden, der sich in die gewagtesten Krisenregionen der Welt vorkämpft. Wir werden gleich reden, wie es dazu kam. Andreas Mölzer, also jetzt in den Spuren entweder von Hugo Portisch oder von Jörg Haider, das werden wir versuchen zu klären, ist er jetzt derjenige, der berichtet, so sage ich die Taliban, oder ist er derjenige, der versucht hat, mit den Taliban den Weltfrieden oder zumindest die Rückführung der österreichischen Asylwerber auszuhandeln. Andreas Mölzer in aller Munde, derzeit meist gegoogelt, habe ich gesehen. Ganz ehrlich. Meist gegoogelt, Andreas Mölzer, Sachen passieren. Kaum ist man 70, wird man weltberühmt, Herr Mölzer. So ist es, ja. Spaltet die Partei, spaltet das Land und hat viel zu erzählen. Nein, spalten wir mal weder die Partei noch das Land. Na, schauen wir mal. Das ist natürlich eine Seite, die Sie nicht kennen an mir. Nur als Diskutant dort lange Jahre bei Ihnen im Haus, was ich sehr genossen habe. Ich habe immer, auch mit meinem Freund Johannes Hübner, der ja da mit war, solche Reisen gemacht. Echt? In Krisen geht mir, ja, wir waren bei den Mullahs in Teheran, ich war beim Sendero Luminoso bei den Linksterroristen in Peru, ich war bei den Hutterern in Kanada, bei den Mennoniten in Paraguay. Das hat mich immer interessiert zu hören und ich habe auch vieles journalistisch aufgearbeitet. Aber beim Heider waren Sie damals nicht dabei, bei Gaddafi? Nein, ich war aber bei Gaddafi in Libyen, bevor der Heider dort war. Da war der Harry Göschler eine Erdöl-Firma gehabt und ich war in Libyen, wann war das, 1988, ich habe meine Frau kennengelernt übrigens. Ja, ich sage immer, es gibt Seiten an Ihnen, die kommen erst mit dem 70er so richtig heraus. Ja, das mag sein. Gut, auf jeden Fall haben Sie das ganze Land in Aufregung versetzt. Ja. Wie kam es denn zu diesem Sensationstrip? Man sagt ja, ein FPÖ-Abgeordneter hätte das alles organisieren sollen und das hätte ja eine Parteireise eigentlich. Nein, das stimmt natürlich nicht. Es war so, es gibt den Dr. Mustafa El-Telbi, einen ägyptischen Gynäkologen, der da in Wien seit Jahrzehnten da ist, der allerdings beste Beziehungen in die islamische Welt hat. Der hat schon mit dem Heider Reisen gemacht, mit dem Scheibner als Verteidigungsminister. Und der hat vor einem Jahr über den Hübner, meinem Freund, gefragt, ob ich mitfahren will, weil der Hübner wusste, dass mich sowas interessiert, ob ich als Journalist mitfahren würde. Und das hätte vorhin im November oder so stattfinden sollen, konnte aber nicht stattfinden, weil es keine Flüge gegeben hat nach Kabul. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, und da hat man mir also vor, was weiß ich, ein paar Wochen wieder gesagt, jetzt gang hat es fast mit. Es gibt diesen Verein Österreich-ägyptische Gesellschaft für Menschenrechte, die der El-Telbi führt. Und der hat das organisiert. Er hat gute Beziehungen, das wird interessant, schauen wir uns das an. Jeder muss selber zahlen, damit es ja nicht heißt, die Taliban korrumpieren. Wie viel hat sich das Spaß gekostet, Herr Mölzer? 1.350 der Flug, 520 plus noch einmal 120 das Hotel und Kleinigkeiten. Das ist ja sehr wohlfeil. Na ja. Das heißt, bei den Taliban hat man noch wirklich günstig Urlaub gemacht. Na ja, das ist ein bisschen übertrieben. Für das, dass das all-inklusive war? Na ja, das stimmt nur bedingt natürlich, weil du musst ja so auch essen und so weiter, das war aber wirklich billig. Und natürlich musst du ein paar Kleinigkeiten für die Damen des Hauses mitbringen, ein bisschen und so weiter, was es halt da gibt. So, aber nicht ganz wegzuleugnen ist, dass das ja ursprünglich über den FPÖ-Klub hätte organisiert werden sollen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe erfahren, ich wusste zuerst nicht nur vom Hübner, der fährt mit und ich habe gesagt, es wird eine größere Gruppe sein. Ich wusste nicht mit, ich habe dann erfahren, dass unter Umständen auch der Axel Kasseger, der Nationalratsabgeordnete, mitfährt, ein paar Tage vorher und dann habe ich aber gleich drauf, und zwar erst einen Tag vor der Abreise erfahren, dass der absagt, weil er halt nicht kam. Und mit der Partei, das weiß ich nicht, das muss man ihn fragen. Zwischen nicht kam und nicht darf, ich sage das. Ja, das, Herr Fehlner, müssen Sie ihn fragen, ich kann das wirklich nicht sagen. Aber die Tatsache ist die, Parteireise war das nie, im Gegenteil. Im Gegenteil, wir haben unsere Reisen, die ich zuerst geschildert habe, Gott der Hübner und ich, der Hübner ist ein Abenteurer und interessierter Mensch. Natürlich ohne Erlaubnis der Partei, ich frage ja auch nicht bei der katholischen Kirche nach, ob ich fahren darf. Sie haben ja heute keine Funktion mehr. Nein, seit zehn Jahren nicht. Außer, dass Sie gerne guten Rat geben, der aber offenbar bei Kiki etwas weniger gefragt hat. Da haben Sie nicht ganz ohne Recht. So, und jetzt sind Sie also zu dieser Abenteuerreise, zu diesem Abenteuerurlaub aufgebrochen. Sind Sie erst wohin geflogen? Naja, Wien, Istanbul. Wien, Istanbul, Turkish Airlines. Und dann haben Sie in Istanbul die gefährlichste Airline-Kam-Air. Kam-Air, Kam-Air. Kam-Air heißt das. Es gibt zwei afghanische Fluglinien, die dort landen dürfen, die Afghanien-Airlines, das staatlich und diese Kam-Air ist zwar so halb privat, die sie zulassen. Gilt das gefährlichste Fluglinie der Welt? Ja, haben wir auch gehört, wir haben uns alle gefurchten, aber es war nichts gefährlich, es war sogar wirklich ein angenehmer Flug. Also völlig ohne Lebensgefahr. Nein, nein, das ist ja das. Man hat uns gesagt, um Gottes Willen, unsere Gattinnen, fahrt es nicht hin, ihr werdet es da als Geißeln genommen, so wie dieser Dr. Fritz, von dem wir dann noch reden werden. Und man wird euch da was weiß ich was antun. Und wir haben sogar, weil wir das ja nicht wussten, wir haben jeder unser neues Handy gekauft, damit ja nichts, was Belastendes oben ist. Im Post darf natürlich kein israelisches Visum oder kein amerikanisches Visum sein, weil sonst sind wir schon erledigt. Also Ihre Gattin hat sie gewarnt? Naja, meine nicht, aber die anderen Gattinnen und so, überhaupt halt die Freunde, weil das war keine geheime Reise, wir haben das allen erzählt. Haben Sie sich ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, angemacht, dass da etwas passieren könnte? Nein, gedacht haben wir schon. Schauen Sie, ich bin ja so alt, wir sind ja ein ähnlicher Jahr gegangen. Ob mir jetzt in Wien ein Zirgel am Kopf fällt oder ob mir die Taliban füsilieren, mein Gott, das ist Schicksal. Talibanisch, Paul. Gut, so, und dann sind Sie dort empfangen worden wie Staatsgäste. Nein, das ist nicht wahr. Nein, leider nicht. Ich weiß nicht, wie die ihre Staatsgäste empfangen, aber wir haben ein Hotel gebucht, es gibt ein paar gute Hotels noch. Das Hotel war wie eine Festung, es gibt zehn Meter halben Mauern, Maschinenquere, Kontrollen, Panzersperren, das ist noch aus der Zeit des Krieges. Ein Hilton oder was ist das? Nein, wie hat das? Kabul-Serena-Hotel, sehr gutes Hotel. Innen drinnen, orientalischer Garten. Also für Urlaube zu empfehlen? Naja, für Urlaube zumindest, für Geschäftsreisende, da gibt es nämlich schon sehr viele, weil da geht es um Wirtschaftsinteressen. Und für Journalisten wie mich. Und am wievielten Tag hatten Sie dann die Ehre, die Taliban zu haben? Naja, wir sind am Freitag abgekommen und am Sonntag haben wir diesen einen Termin gehabt. Wir haben ja, es ging ja um die Menschenrechtssituation. Wir haben ja mit vielen Leuten versucht zu sprechen, mit Offiziellen, mit Leuten auf der Straße, mit Sozialeinrichtungen, Schulen, das haben wir auch gemacht. Schauen wir uns einmal kurz die Bilder an, weil wir nicht ganz wissen, ob man sich da bewundern oder belächeln soll. Also da sitzen Sie sehr staatsmännisch mit, wer ist der Mann im Turban? Das ist der Außenminister. Das ist der Außenminister. Also mit dem Außenminister von Afghanistan. Und da sind seine... Mitarbeiter. Mitarbeiter, der ganze Armada an Talibans, die da was tun, die schreiben mit oder die schreiben Autogramm. Nein, die haben übersetzt und mitgeschrieben. Mit, also jedes Wort von Ihnen wurde protokolliert. Nein, ich habe so viel nicht gesagt. Nein, wir haben schon andere auch geredet. Der Hund ist der, das Interessante ist der, die alten Taliban, die erste Generation, die bis 2001 im Amt war, das sind die Dorfmullers. Die kennen kein Wort Englisch, die sind aber jetzt als alte Kämpfer die Minister. Und die junge Generation der Taliban, also diese Mitarbeiter, die sind alle im Ausland aufgewachsen, in Pakistan, in Saudi-Arabien, in Ägypten, haben in Amerika studiert, kennen perfekt Englisch und kennen natürlich die sozialen Medien. Also die wissen alles. Gut. Herr Mölzer, jetzt ist es ja so, dass Sie den Taliban gegenüber immer kritisch waren. Ich kann mich an einige Diskussionen von uns erinnern, wo Sie mit denen ziemlich Schlitten gefahren sind. Und jetzt fahren ausgerechnet Sie zu den Taliban hin und machen dort einen Auftritt, die die zu einem riesigen PR schon nutzen. Der Herr Kickl hat Ihnen schon ausgerichtet, das war eine riesengroße Dummheit, hat er gesagt. Naja, zwei Dinge. Das eine für einen Journalisten ist es nie eine große Dummheit. Das wissen Sie noch viel besser wie ich, wenn er sich in Krisengebieten informiert. Das habe ich auch dem Parteitagmann der FPÖ wieder gesagt oder ausrechnen lassen. Das andere, dass die das so nützen, das habe ich schon unterschätzt. Das muss ich gestehen. Das ist wahrscheinlich Herr Fellner. Weil ein normaler Journalist wird ja nicht unbedingt dann weltweit als Symbol der entstehenden Tautaut. Dazu, Herr Fellner, brauchen Sie nicht uns. Hinter den Kulissen. Sie waren halt einer der Ersten, die kommen sind. Nein, nein, hinter den Kulissen verhandeln, die längst mit den Amerikanern über die Schürfrechte und mit den Chinesen über die Kupferbergwerke und mit den Europäern über das Lithium vorkommen. Da brauchen Sie nicht uns. Aber Tatsache ist, dass die halt auch, das habe ich nicht so in diesem Ausmaß, weil wie bei den Mullahs war, hat es das alles noch nicht gegeben, das Facebook und so. Und wie bei den anderen. Das habe ich unterschätzt. Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite ist es einfach so, dass man halt der Wiener wahrnimmt. Wenn man sie kriegt zur Information, je besser, je kompetenter, desto besser. Naja, die haben sich gefreut, dass einerseits, man könnte sagen, ein paar, also in meinen Augen sehr anerkannte Menschen wie Sie, in den Augen des Herrn Kickl, ein paar Idioten wie Sie. Pensionisten. Bitte, Idioten und Pensionisten. Da daherkommen, sich wichtig machen, wie der Herr Kickl gesagt hat, und denen einen Persilschein geben für ihre terroristischen Aktivitäten. Das könnte man ja so sehen. Nein, das kann man nicht so sehen. Ich bin ja weder in der Lage, und so blödsinn, die Taliban schon gar nicht zu glauben, dass ich oder der Hübner denen einen Persilschein geben können für irgendwas. Naja. Nein, was Sie damit signalisiert haben, das haben Sie natürlich auch unterschätzt. Wir sind Gesprächspartner. Wir reden mit uns, im Westen reden mit uns, das ist klar. Die haben auch ganz genau gewusst, dass wir keine offizielle Funktion haben, dass ich vor zehn Jahren Abgeordneter war, der Hübner bis vor kurzem war. Also Sie sind ins Fettnäpfchen getreten. Würde ich nicht sagen. Ich habe mir als Journalist informiert. Sie haben es unterschätzt. Nein, ja schon, aber das ist ja keine Dotzende. Ich habe mich als Journalist informiert, und wir werden eine interessante Publikation darüber machen. Sie können gerne darüber berichten, dann haben wir eine Werbung. Da reden wir noch am Schluss der Sendung darüber, damit wir ein bisschen eine Werbung auch machen. Aber zuerst einmal die Frage, ganz Österreich fragt sich ja, Herr Mölzer, wenn wir uns die Bilder nochmal anschauen, was haben Sie denn dort verhandelt? Ja, weil das schaut ja sehr formal höchstrangig aus, das schaut ja so, als wäre der österreichische Außenminister, nämlich der Herr Mölzer, hätten Sie ja locker sein können unter der Stache-Regierung, beim afghanischen Außenminister. Die schreiben alle andächtig mit, was sie sagen, wie man sieht, was schreiben denn die mit, was haben Sie denn dort verhandelt? Tja, die Themen waren in erster Linie, wie ist die wirtschaftliche Lage, wie ist die soziale Situation, wie ist das Verhältnis zum Westen, was planen die Taliban? Und dann waren auch... Und zwar, wie ist die... Nein, die sagen, das ist zum Beispiel interessant, die sagen, wir sind froh, dass die Besatzer, die Amerikaner, wie sie sagen, weg sind. Die haben ja nach Alexander dem Großen, nach Genghis Khan, nach der Sowjetunion, dem britischen Empire und den Amerikanern, haben die alle besiegt. Das ist ja ein wahnsinniges Land, gell, und die Leute auch. Also über das haben wir geredet, dann haben wir über die Menschenrechtssituation, weil das war das Ziel. Wir haben geredet über die Frauen zum Beispiel und all diese Dinge. Das heißt, das sind richtig frech geworden? Nein. Na schon, als Sie über die Frauen da reden, ist eine Unverschämtheit. Eigentlich nicht, die haben da sehr höflich reagiert. Ich weiß natürlich nicht, ob die jungen Taliban alles so übersetzt haben, wie ich es mir gesagt habe. Was haben Sie gesagt? Die haben gesagt, zum Beispiel in Bezug auf die Frauenrechte. Wir haben eine Schule besucht und Tatsache ist, dass die Mädchen da, so wie die Buben, die Grundschule bis zum 12. Lebensjahr besuchen und besuchen keine. Auf die Frage am flachen Land, wo wir dann gefahren sind, 500 Kilometer. Komm, haben wir gleich dazu, ja. Was ist mit den Frauen, warum dürfen die nicht studieren? Wollen die völlig verständnislast und gesagt, studieren? Wir müssen, wir kämpfen ums Nackte überleben. Ob die Frauen studieren dürfen, ist uns völlig blunzen. Aber diese jungen Taliban, die cleveren Burschen, die in Amerika studiert haben, die haben gesagt, ja, wir wissen, das ist ein Problem. Wir wissen, wir müssen Menschenrechtsstandards versuchen anzustreben, sonst kriegen wir keine Wirtschaftshilfe. Das Land wird verhungern, wenn es keine Hilfe kriegt. Eke war? Nein, das ist die soziale und humanitäre Situation. Na, über das reden wir eigentlich. Dramatisch. Aber jetzt sind Sie ja dann dort, man muss fast sagen, ich verneige mich vom Außenminister Mölzer. Keine Ironie. Politisch aktiv geworden, indem Sie erstens einerseits versucht haben, journalistisch-politisch, versucht haben auszuloten, ob die Afghanen, sprich der Herr Außenminister, bereit wären, die in Österreich ja mittlerweile tausendfach vorhandenen Afghanen, über die wir ja da hier oft schon sehr kontrovers diskutiert haben, wieder zurückzunehmen, Punkt 1. Und B, wollten Sie so im Stil von Clinton und Obama noch einen Gefangenen mit nach Österreich? Naja, das ist eine andere Geschichte erzählen. Also gucken wir uns zuerst einmal mit den Afghanen an, weil das interessiert alle Zuschauer. Ist es Ihnen gelungen, die afghanische Regierung zu überzeugen, dass sie unsere Asylanten zurücknimmt? Das war natürlich eine der Fragen, die wir gestellt haben. Was ist mit den vielen Flüchtlingen aus dem Land, die ja schon bevor die Amerikaner abgezogen sind, geflohen sind, die meisten, und dann danach auch wieder von der anderen Seite. Und da hat man uns signalisiert, haben gesagt, jawohl, wir wollen darstellen, dass denen keine Gefahr an Leib und Leben droht. Sie sollen zurückkommen, wir brauchen die für den Wiederaufbau. Ob das stimmt, da habe ich noch meine Zweifel, dass da keinem was passiert, wenn da ein Regimegegner zurückkommt. Wollte ich gerade fragen, weil der Herr Mölzer als Diskutant war ja oft der Häuptling, lockere Zunge, und hat gesagt, schickt die Afghanen zurück, dort ist eh nichts. Wie sehen Sie denn das jetzt nach der Fact-Finding-Mischung? Ich sehe das eine, dass man offensichtlich versucht darzustellen, das kann aber auch ein Potemkinsches Dorf sein, eine Ertäuschung, dass es eh sicher ist. Also wir sind völlig unprobleme in der Stadt herumgegangen, sind über Land gefahren mit einem privaten Chauffeur, also ist uns nichts passiert. Und Sie sagen, wir haben den Terror ISIS und Al-Qaida bekämpft und nicht ausgelöscht. Und wir haben die Drogenhändler, das ist nämlich ein eigenes Thema, die Mohnproduktion ausgelöscht, das sagen Sie. Ob das stimmt, dass uns es passiert, haben Sie gesagt, wenn einer zurückkommt, passiert Ihnen nichts, Sie sind sicher, wir brauchen die. Und da war dann die Frage von uns, ja, wie kommen die zurück, wo ist der Ansprechpartner, gibt es eine konsularische Vertretung in Europa? Deswegen diese Fehlmeldung, wir hätten gerade über die Einrichtungen des Konsulats, ich spiele ja nicht... In Klagenfurt vielleicht. Ja, ich spiele ja nicht den Außenminister, du wärst der Schallenberg oder so ähnlich, ich spiele ja nicht den Außenminister. Aber die Frage war, gibt es eine Ansprechpartner, wohin wenden sich die? Naja, und die haben gesagt, wir haben ein Migrationsministerium. Ob das wirklich funktioniert, dass einer eine Afghane da in Fafari... Das heißt, die haben Ihnen eigentlich zugesichert, Sie nehmen die afghanischen Asylsuchenden in Österreich zurück, ob das jetzt richtig... Nein, zugesichert würde das einem Staatsorgan sein. Sie haben gesagt, es wäre möglich und Sie würden das tun. Ob wir es Ihnen glauben sollen, das ist eine Frage, die das Ministerium klären muss, nicht ich. Aber das war eine interessante Frage. Aber Sie sagen, nach dem Gespräch haben Sie zumindest den Eindruck, dass die sagen, wir würden das tun. Wir würden die zurück... Nein, gesagt haben Sie es auf jeden Fall. Interessant. Ob Sie es tun... Schon mal sehr interessant. Nein, ob Sie es tun, ist eine andere Frage. Aber das war für mich eine der, wie soll man sagen, für österreichpolitischen Hauptprobleme, das wir ansprechen wollten. Die zweite Mission war, Sie wollten einen Gefangenen nach Hause bringen. So wie das halt bei guten Staatsbesuchen üblich ist. Man bringt ein, zwei Gefangene mit. Meistens lasst man dafür dann ein paar Billionen Dollar dort, so wie der Biden. Die hatten Sie ja nicht unbedingt im Gepäck. Ich bin ja nicht der Wahlteil. Welcher Teufel hat sich den Geritten ausgerechnet, an extrem rechtsextremen Neonazi dort befreien zu können? Nein, lieber Herr Fellner, ich würde für jeden Landsmann, ganz wurscht, was er ist und welche politische und Couleur und Ansicht er hat, das versuchen. Ich habe das... Schauen Sie, wir haben die Reise geplant, wie gesagt, im vorigen November. Da war der Herr Dr. Fritz, Herbert Fritz heißt er, 84 Jahre, zuckerkrank. Noch überhaupt nicht dort, der ist im Juni erst inhaftiert worden. Also unser Ziel war es, nicht von vornherein da zu intervenieren. Aber über diesen Dr. Hildelby mit seiner Menschenrechtsorganisation wurde er informiert und wir von der Familie, dass der unten sitzt. Und ob wir was tun können, wenn wir da runterfahren, hat es geheißen. Und natürlich, ich kenne den Dr. Fritz nicht persönlich, er ist mir aber ein Begriff seit Jahrzehnten, wo er eine Zeitschrift gehabt hat, der Völkerfreund. Und das ist ernst klar gewesen, das muss ein Irrtum sein. Der ist ein Spion, ein 84-jähriger James Bond, dort eingesperrt worden vom Geheimdienst. Das ist aber einer, der hier versucht hat zu zeigen, dort ist eh gut. Wieso ist denn der Wahnsinnige dort hingefahren? Nein, der hat das immer... Ich meine, bei Ihnen verstehe ich es ja noch aus der Abenteuerlust, die sich juckt. Nein. Aber was ist mit einem 84-jährigen, warum fällt der da drin? Also das dürfen Sie mich nicht fragen, aber ich weiß nur, der hat immer, der war für die Kurden, die in der Türkei unterdrückt waren und in Syrien. Der hat solche Sachen, der hat eine Zeitschrift gehabt, der hat Völkerfreund geheißen. Also der hat solche Sachen gemacht und mit 84 glaube ich... Die wollten Sie befreien, dann sind Sie aber an der talibanischen Betonmauer abgebrochen. Nein, das stimmt nicht ganz. Wir haben bei allen Kontakten, die wir gehabt haben, die also ein bisschen was zu reden gehabt haben, versucht das darzulegen. Und haben natürlich argumentiert und gesagt, wenn der bei euch stirbt, da habt ihr ja überhaupt nichts davon im Häfen, da habt ihr nur eine wirklich schlechte Nachrede. Gebt uns den mit, das muss ein Irrtum sein, der ist sicher kein Spion. Und die waren sehr verständnisvoll, ja der Außenminister, und gesagt, ja, ja, aber Sie kennen vielleicht die orientalische Mentalität auch. Und zuletzt hat es dann geheißen, weil wir haben bis zum letzten Tag gehofft, der wird uns auf den Flughafen geliefert, dass wir ihn mitnehmen können, wenn er noch lebt überhaupt, das weiß ich auch keiner. Und zuletzt hat es dann geheißen, es geht leider nicht, der ist vom Geheimdienst, vom Intelligence Service eingenommen worden. Und da ist der Einfluss beschränkt. Sie müssen sich vorstellen, der Staat hat ja noch keine Struktur, keine Ämterhierarchie, keine Zusammenarbeit, nichts. Das ist ein Chaos. Nein, macht auch ein Warlord, macht das, was der will und der andere im anderen stand. Die Bastunen, das Hauptvolk hat 60 Stämme, und jeder Stammesführer hat seine eigene Politik und so. Ich wollte Sie eh fragen, Herr Mölzer, weil Sie sind ja an und für sich früher ein sehr scharfer Kritiker der Taliban. Naja, natürlich, ja. Auch der afghanischen Asylsuchenden hier, weil Sie der Meinung waren, jeder zweite von denen ist eh ein halber Terrorist. Ich vereinfache es jetzt sehr. Das will ich meinen. Wie sehen Sie denn jetzt die Taliban nach diesem Besuch? Glauben Sie, ist das nach wie vor eine Terrororganisation oder distanzieren sich die vom Terror und wollen sich die dem Westen öffnen und eigentlich nur eine Wirtschaftskooperation haben? Was ist Ihre Meinung? Naja, Demokraten sind es keine. Und die klassischen Menschenrechte vertreten es auch nicht, sondern es sind fundamentalistische Moslems. Das islamische Emirat Afghanistan mit einem religiösen Führer, der Obermuller, das ist natürlich eigentlich wie bei uns im 13. Jahrhundert, im Mittelalter, mit dem einen Unterschied, dass alle einen Kalaschnikow haben und mit einem Toyota Corolla herumfahren. Aber das ist eine andere Welt. Was ist die andere Welt? Nein, es ist wie im Mittelalter das Denken, wie bei uns, wie gesagt, im Mittelalter. Also Sie waren schon sehr distanziert, wie Sie das wissen. Nein, ich bin der Letzte, der einen fundamentalistischen, islamistischen Gottesstaat schönreden will. Und das ist das nach wie vor in Ihnen. Natürlich, aber jetzt kommt das andere. Aber, schau uns, wir haben beste Beziehungen mit Saudi-Arabien. Was ist Saudi-Arabien? Über andere, nicht Demokratien, sondern Diktaturen, beste Beziehungen. Ich meine, es scheint so, als würden sich die Taliban dort halten. Scheint so. Es gibt keinen militärischen Gegner, es sind alle weg. Ausland wird auch kein Intervenieren so schnell. Und man muss wahrscheinlich im Interesse von 40 Millionen Menschen, die dort leben, Hilfe leisten aufgrund der humanitären Situation. Ohne, dass man das Regime jetzt gut findet. Das ist ja das Spannende. Ich meine, man kann es sich über Ihre Reise natürlich lustig machen und so weiter. Das ist mir wurscht. Der Pensionist hat da Dummheiten gemacht und so. Aber man muss schon sagen, Sie haben natürlich was geschafft, was wirklich nur Top-Journalisten schaffen. Sie sind durch dieses eigentlich verbotene Land gefahren. Richtig. Das hat ja nicht, dass ich wüsste, dass es viele österreichische Journalisten gibt, die das schon gemacht haben, der eine oder andere vielleicht, aber nicht viele. Das heißt, Sie waren dort unterwegs. Vor allem 500 Kilometer. 500 Kilometer. Über Gebirgspässe. Das entspricht ja in Österreich ungefähr 5000 Kilometer. Aber diese Gebirgspässe sind so hoch wie der Großglockner, 4000 Meter, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Nur nicht so asphaltiert, würde ich sagen. Ich habe leider zweimal kotzen müssen, weil unser Fahrer natürlich gefahren ist wie Ihrer auf diesen Pisten, also das Nordrhein-Rande. Auf Sandstatt. Schrecklich, ja gut. Das heißt, Sie sind mit einem privaten Fahrer durchs wilde Afghanistan gefahren, könnte man sagen. Naja, wir sind nach Bachmann gefahren. Ich meine, wo diese Buddha-Statue... Als moderner Karl May. Naja. Ja, nur im weitesten. Aber da waren diese Buddha-Statuen, wenn Sie die Geschichte kennen, sicher die die Tag lang gesprengt, 120 mal gewaltig. Dort waren sie auch. Da waren wir. Da sieht man noch nichts. Naja, die sind gesprengt worden und jetzt versuchen Sie sie zumindest eine wieder aufzubauen. Wir haben Riesengerüste gebaut, wo also diese Statuen restauriert werden sollen. Das wird sehr schwer gehen, 120 Meter. Also jetzt fahren Sie da 500 Kilometer durchs Land. Die Hauptstadt Kabul, sagen Sie, ist eigentlich ungefährlich. Da sind Sie herumspaziert am Abend auch oder mit Bodyguard? Nein, es gibt ein sehr schönes Restaurant, da waren wir mit einem Geschäftsmann essen, einem Bekannten von unserem Jugendlichen. Aber hatten Sie einen Bodyguard dabei oder sind Sie einfach so dummisch? Nein, es hat der El-Delbi, hat entfernte Verwandte oder Bekannte gehabt, die mit uns gegangen zu einem Land. Da waren keine Bodyguards. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, die waren nicht bewaffnet, keine Bodyguards. Aber die haben geredet, wenn wir mit Einheimischen den Stunten gehabt haben. Es gibt überall diese Kontrollen, Taliban-Kontrollen. Englisch kann dort niemand. Na schon, die gebildeten jungen Mitarbeiter der Minister, die kennen alle. Aber auf der Straße. Das kann niemand. Das heißt, Sie waren dort unterwegs in Kabul, dreckige Stadt, Ruhlinnenstadt, zerstörte Stadt. Eigentlich nicht der Eindruck. Wissen Sie, was sauber ist, witzigerweise, verglichen mit Kairo oder so, wenn man das kennt. Also liegen keine Papier, kein Dreck herum, aber chaotisch. Der Verkehr ist ohne, also irrsinnig dichter Verkehr, ohne jede Regel. Also wenn Sie die anhalten, musst du ein Gebet sprechen, dann kannst du weiterfahren und du hast überall die Taliban-Kontrollen mit der Kalaschnikow und so, das ist. Aber die waren... Und was kontrollieren die? Ja, ob man eine Visa hat bei Ausländern, die sehen die, wenn du mit so einem Pickup fährst oder was, ein großes Auto ist eher unhüblich. Dann wirst du natürlich sofort kontrolliert. Und Sie sind auch kontrolliert. Ja, freilich. Nur haben wir immer den Fahrer gehabt und der hat halt geredet für uns. Dann haben wir den Pass hergezeigt, das Visum. Und wenn es ganz schlecht gegangen ist, haben wir das Foto mit dem Außenminister hergezeigt. Mit diesem Außenminister. Dann haben wir sofort weiterfahren dürfen. Und dann sind Sie aufs Land hinausgefahren. Und das haben ja, glaube ich, nur ganz wenige bis jetzt geschafft. Und das ist ja wirklich ein bisschen durchs wilde Kurdistan im weitesten Sinn. Weil dort ist ja nichts mehr. Die Amis, die Deutschen, die haben sich ja alle dort vertschüsst. Die haben auch nichts gemacht, die Amerikaner. Und dort ist ja nichts mehr, kein fremdes Militär. Das hat uns gewundert. Die Amerikaner haben ja Billionen hineingebuttert in den 20 Jahren, aber keine Infrastruktur geschaffen. Die Straßen sind katastrophal, da gibt es Baustellen. Aber das ist halt windig. Das ist ja teilweise Ruinenlandschaft, oder? Naja, das kann man schwer sagen. Diese Dörfer schauen ja für unser Auge überhaupt aus wie Ruinen. Das sind aber die normalen Lehmhütendörfer, wie es halt dort so ist, im Gebirge. Und dort sind Sie durchgefahren, dort haben Sie auch übernachtet? Nein, übernachtet haben wir nicht. Das haben wir vermieden. Wir sind in einem Tag diese 500 Kilometer gefahren nach Bachiman und wieder zurück. Und dann wieder zurück. Also keine Übernachten? Das Übernachten haben wir. Der Mut war noch nicht gefällt. Im Hotel, im Hotel. Naja, das ist allein so ein älterer Herr wie ich. Und dann sind Sie also auf diesen Pass hinauf, Groß-Glockner-Höhe. Ja, Wahnsinn. Und was haben Sie dort oben gemacht? Na, drüber gefahren. Wir haben ja viele Fotos gemacht, die wir Ihnen jetzt nicht zeigen, die wir am Handy haben. Wir werden ja dann eine Publikation machen. Und was ist Ihr Eindruck? Was werden Sie uns in dieser Publikation vermitteln? Nein, der Eindruck, in kurzen Worten. Das Land ist ein Land, ein Gottesstaat, der eigentlich zivilisatorisch im Mittelalter ist, mit modernen Waffen. Ein kriegerisches Volk, das also unglaublich eigenwillig ist. Mit einem Regime, das wahrscheinlich eine gewisse Entwicklung zulassen muss, sonst wird es nicht überleben. Weil das braucht Hilfe von außen, sonst geht das nicht. Wir sind hunderte Kilometer gefahren, da werden nur Äpfel produziert. Gibt es aber keine Apfelsoft-Fabrik oder Äpfel, die dann nach Indien exportiert werden. Aber was willst du mit Äpfeln machen? Dann haben sie den Mohnanbau gestoppt wegen der Drogen, Kampf gegen die Drogen. Jetzt wissen die Bauern nicht mehr, wo sie leben sollen. Das ist Safran-Anbau. Wissen Sie, wie schwierig Safran ist? Da gibt es eine Blume wie eine Tulpe, da kannst du drei Fäden auszupfen. Safran ist zwar sehr teuer, aber davon zu leben, es ist unglaublich schwierig. Also Sie sagen, dieses Land versinkt in Armut. Ja, es ist in Armut. Und Sie haben eigentlich ein bisschen das Gefühl, sagen zu müssen, hilft Afghanistan. Ja, erstens das. Nicht hilft den Taliban, aber hilft Afghanistan. Und der einzige Trumpf, den das Land hat, sind die Bodenschätze. Weil da verhandeln die Amerikaner hinter den Kulissen, die Europäer und vor allem die Chinesen. Und wahrscheinlich wird der Westen doch Hilfe leisten, damit das Land nicht in die Hände der Chinesen gerät. Und wenn der Herr Schallenberg nicht der Meinung wäre, dieser Trumpf soll ich Felix in Österreich bleiben und unsere Warnungen beachten, dass er dort nichts verloren hat. Sondern jetzt mit Ihnen reden würde über diese Reise. Würden Sie ihm empfehlen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen? Oder was wäre Ihre Mission, wenn Sie mit österreichischen Politikern sprechen? Ich bin ja kein Diplomat. Und diplomatische Beziehungen bedingt ja auch, dass man ein Land anerkennt, ein Regime anerkennt. Das will ich nicht beurteilen. Aber dass man Beziehungen haben muss im Dienste der Menschlichkeit, aber auch im Dienste unserer Wirtschaftsinteressen, das ist, glaube ich, notwendig. Jetzt, Herr Mölzer, Sie sind ja nicht nur verspottet, sondern Sie sind ja abgewatscht worden für diese Reise. Von wem? Von Herrn Kegel, also schon. Oder auch von vielen anderen. Aber sagen wir mal in erster Front von Ihrem noch vor einigen Monaten so geschätzten und geliebten Parteifahrer. Sie haben ja hier an dieser Stelle wahre Lobes-Hymnen über ihn gesungen. Die hat er entweder nicht gehört oder schon wieder vergessen, weil er ist ja doch ziemlich undankbar mit in den Schlitten gefahren. Bis dass er Ihnen den Parteiausschluss angedroht hat. Ja. Wir haben das unten ja gehört natürlich auch. Und der Hübner und ich waren ein bisschen desperat, weil wir uns nicht erklären konnten, warum. Also entschuldigen, das können Sie jetzt schon erklären. Man sieht ja einfach zu den Taliban vor, ohne den Herrn Kegel zu informieren. Also normalerweise fragt man da, oder? Warum Sie den fragen? Ich frage niemanden, ob ich irgendwo hinereise. Ich habe bei Ihnen auch nicht angefragt. Das ist ja klar. Ist ja auch nicht notwendig. Ja, eben. Wer kommt denn die politische Brötule? Ja, das war ja aus meiner Intention nie eine politische Reise. Ich frage da nicht an, wenn ich nach Jesolo fahre und mit Kommunisten, mit italienischen Rätten auch ganz gut kenne, da frage ich da auch niemanden an. Das ist ja für einen Journalisten... Nein, da ist ja ein bisschen ein Unterschied. Ja, das ist ein Beispiel. Ob Sie jetzt zu den Vertretern des weltweiten Terrors fahren und an denen da einen Persilschein ausstellen oder ob Sie in Jesolo mit einem Kommunisten einen Rotwein trinken, das ist ja tiefer. Herr Fellner, wo ist der Persilschein? Na, wenn Sie dort sitzen und den Außenminister anflirten, dann ist das ein Persilschein, oder? Also anflirten, davon habe ich nichts gemerkt. So hübsch ist der nicht. Aber abgesehen davon muss man ansagen, ich als Journalist setze mich auch mit einem verurteilten Mörder hin und interviewe den. Also das ist ja keine Wertung, sondern das ist ja ein Informationsgenerieren. Also das sehe ich nicht ein. Ich verstehe das auch. Ich bin ja auch Journalist. Ich weiß. Also ich verstehe das schon. Darum weiß ich ja. Aber ich sage nur, dass der Herr Kickl ja der Meinung ist, Sie kehren eigentlich abgewatscht für die Aktion. Nein, das hier hat der Meinung. Schauen Sie, wir haben eins gesagt, Herr Hübner, die hat gesagt, Pitschen ist eine private Reise. Wenn der sagt, das ist eine private Reise, geht mir nichts an, dann hat er völlig recht. Das ist in der ersten Wochenende eingeführt mit der privaten Reise. Nein, weil das die Partei nichts angeht. Das ist ja nicht der Partei. Nein, aber der liebe Außenminister, den Sie da angefleudert haben, der hat ja den Eindruck gehabt, Sie sind da als Vertreter der österreichischen Politik angereist. Die wissen ganz genau, dass wir keine Vertreter der österreichischen Politik waren. Weil die informieren sich über alles und sind am besten so gut informiert wie Sie und ich. Da brauchen Sie keine Angst haben. Wunderbar. Also, wie wird es denn jetzt mit Ihnen und der FPÖ weitergehen? Sind Sie angefressen und ein bisschen zornig oder ein bisschen eingekrampft? Ich bin viel zu alt. Über die Art und Weise, wie Sie behandelt werden. Sie haben ja doch wahnsinnig viel für diese Partei getan. Danke. Und waren immer als Journalist für und mit und wegen dieser Partei tätig. Also der Partei ist ja an und für sich bekannt, dass Sie ein Journalist sind, oder? Ja, erstens Ihr Sohn. Und kein Abgeordneter. Selbst Ihr Sohn ist kein Abgeordneter. Nein, das hat sich herumgesprochen. Ich glaube, dass ich seit zehn Jahren kein Abgeordneter bin. Aber Dankbarkeit ist erstens keine politische Kategorie. Das haben Sie jetzt gelernt, das Dankbarkeit. Das habe ich schon immer gewusst. Das hat mir schon der Steger beigetragen, der Heider bedingt, auch der Heinz-Christian Strache und jetzt Kikler. Aber ich bin seit 50 Jahren FPÖ-Mitglied und nicht zufällig, weil ich das wollte und weil das meine Gesinnungsgemeinschaft ist. Aber es ist natürlich ein bisschen ein Unterschied zu anderen einfachen Parteimitgliedern, als ich bin. Weil ich halt publizistisch mich ständig mit dieser Politik, mit der Ideologie und so weiter der FPÖ befasse. Sie haben gesagt, der Heider wollte sich schon ausschließen. Natürlich. Wissen Sie das nicht mehr? Wann hätte er sich das ausschließen? Der Heider hat mich... Wegen der neuen Freien Zeitung damals. Nein, nein, nein. Der Heider wollte mich ausschließen im Jahr 2005. Wenn Kritik an der Regierung, hat mich auch in Kärnten ausgeschlossen, 300 Stimmen für meinen Ausschluss bei der Kärntner Landesleitung. Meine Freunde sind aufs Klo gegangen, damit sie dann mitstimmen müssen. Und ist dann gescheitert, weil er als Abgeordneter, ich war damals EU-Abgeordneter, muss man vom Bundesparteivorstand ausgeschlossen werden. Und da hat er es nicht durchgebracht, worauf er zwei Wochen später das BZÖ gegründet hat. Am 4. April 2005. Vorstell. In der Urania. Also der Heider wollte sich schon ausschließen. Ja, obwohl ich halt immer unbequem war. Und glauben Sie allen Ernstes, dass ich den Artikel jetzt auch ausschließen würde? Ich wüsste... Ist mit dem irgendwie das Adrenalin durchgegangen? Ja, ich glaube, er hat einen ischigen Druck gehabt medial auf einmal. Er hat scheinbar nicht gewusst, was los ist. Und es verbindet ihn mit mir keine heiße Liebe. Echt? Sie wissen ja heiße Liebe. Ich dachte eigentlich, ja. Nein. Nicht? Das glaube ich nicht. Also das Verhältnis ist etwas abgekühlt jetzt. Ja, das war nie so herzlich. Das war ein Partei, wie Sie mal sagen, freundschaftliches. Und Sie sind der Meinung, der ist nicht so gut, wie er sagt, dass er ist? Doch, der ist sehr gut. Aber politisch, wenn er nur 30 Prozent in den Umfang hat, dann ist er gut. Und da genießt er meinen höchsten Respekt. Also an dem ändert sich nichts? Ich kann von persönlichen Befindlichkeiten meine politische Analyse trennen. Das ist das Schöne an Ihnen. Da bin ich mir sehr zu schätzen gewusst. So, also, was passiert denn? Jetzt kommt eine Sondernummer von der Zurzeit? Ja, ja. Das wird zwei, drei Wochen dauern. Das gibt es noch. Wenn man nach Autoren natürlich... Und die bringt jetzt eine Sondernummer raus? Überhaupt gar nicht. Andreas Mölzer, so sage ich die Taliban. Ja, nicht nur Andreas Mölzer. Mit einer Reihe von Autoren, Kompetenten. Da sind wir noch dabei, das zusammenzustellen. Über wirtschaftliche Situationen, über Geschichte, über Kultur, über heutige weltpolitische Zusammenhänge. Das wird interessant werden. Auch unsere vielen Fotos und Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Wirklich. Und der Buch kommt auch? Ja, ich weiß es nicht. Ob es so viel Stoff hergibt, dass wir eine Anthologie, einen Sammelband machen, ich werde schauen. Wenn es geht, machen wir das. Und haben Sie jetzt genug von solchen Fact-Finding-Mischens oder planen Sie schon die nächste? Nein, mit dem Hübner haben wir schon überlegt, welchen Schurkenstart wird demnächst. Das wollte ich. Was wäre denn als nächstes? Ab Kassien, Nordkorea. Nordkorea? Was weiß ich? Da sitzen Sie dann so mit Kim Sung dort. Ja, ich weiß es nicht. Das wäre geil. Andi Mölzer im Auftrag der FPÖ. Nein, nicht im Auftrag der FPÖ, das weiß ich zurück. Im eigenen Auftrag. Selbsternann, selbsternann. Also Nordkorea würde Sie reizen? Was reizen Sie doch? Natürlich. Abkassien, was gibt es denn noch? Also alles Mögliche. Gut. Aber zu sagen, Sie sind jetzt geheilt von solchen Abenteuerreisen, wäre nicht. Schauen Sie, Herr Fenner, wir werden, glaube ich, arbeiten, solange wir leben, bis wir dort umfallen. Und haben halt das Gen, dass wir schauen wollen, was los ist auf der Welt. Ja, ich muss ja abschließend sagen, Sie wirken richtig erholt. Nein, danke. Das ist ja so, als wären Sie da von all inklusive Urlaub gewesen in Afghanistan, bitte? Es war schon ein Strapatz, die Fliegerei und die Herumhatscherei und so, das ist schon ein Nervenstress. Aber das muss man ja auch, aber das muss man aushalten. Ja, ein bisschen ein Vorab haben Sie mitgebracht. Ja, das ist eher der Blut, wie die Sonne. Und an und für sich wirken Sie extrem cool und gut drauf. Kennt Sie ja seit vielen, vielen Jahren. Also, jugendlich fast. Danke, danke. Der neue rasende Reporter der Republik. Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter. Genau, der neue rasende Reporter. War mir ein Vergnügen, Andreas Mölzer bei uns im Studio, erzählt von seinem Treffen und seiner Reise zu den Taliban, demnächst als Sondernummer von zur Zeit. Ich glaube, es war einerseits ganz unterhaltsam, das Interview, aber auch sehr lehrreich. Danke fürs Kommen. Gern geschehen. Und alles Gute bei der Reise nach Nordkorea. Danke. Danke.